guten tag ist ein theater wie manche leute sagen ja kein theater ein theater für keine wochenshow 140 steuer knall hat der tausend entgegen das dauert ein bisschen machen wir eine große sause 150 nein abgehend zur 200 zu tausenden da machen wir ganz riesig da machen wir ein festival zu tausend sehen wir uns in der u2 wir machen ein festival in creme wir machen keine wochenshow festival und laden da lustre gäste ein freut euch schon mal ich weiß nicht wann die tausendste das müsste so ungefähr in 20 jahren sein das heißt dann also 2000 also wenn wir die schon fahrt dann so 2037 ja dann machen wir ein großes festival in creme im scheuenviertel oder so ganz toll ganz großartig hast du eine idee wenn wir einladen noch mal gucken wen es was daran so gibt ich würde sagen die rolling stones die sind die sind dann immer noch ja ich möchte ich forster dabei haben grönemeyer ist sicherlich dann auch noch aktiv worüber sprechen man in der lohrreichen 140 ausgabe wir reden über erste dinge über das letzte woche passiert ist bei den landtagswahlen ja 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 wir fragen uns auch warum man eigentlich auf die welt ja ob das immer noch so ein ddr nach wen weh ding ist also ich glaube also nach wen glaube ich ddr nach wen sind es nicht ist einfach die situation der heutigen zeit angepasst also vor 20 jahren hatte glaube ich keiner also da gab es diese große linke welle also mit den mit der linken aber ob das rechts auch funktioniert hätte keine ahnung aber weil jetzt auch mal so wieder über ost und west gesprochen wird also ja war ja der der slogan ja von der von der afd war wende 2.0 voll ende die wende ja da habe ich mich ehrlich gefragt was ist denn der inhalt dieser voll ende die wende na die wende ist dann quasi wieder die wende zur afd hin weil die afd sieht ja dass jetzt wieder lügenpresse und das einheitspresse und ich sage wie kann man auf einen schwachsinn eigentlich kommen und das habe ich ehrlich gesagt mit diesem mit diesem mit diesem den slogan nicht verstanden also weil die damit meine na die die quasi also viele dieser menschen die die wählen sind ja der ansicht dass es quasi jetzt wieder so ist in der wieder wie in der ddr dass sie nicht sagen können was sie wollen wo natürlich sagen sie können sagen was sie wollen aber es wird ihnen geantwortet ja wir haben freie wahlen jeder kann entscheiden was er wählt ja und interessant zu sehen wie denn wäre wenn wenn eine afd-partei oder beziehungsweise wollen wir überhaupt wissen ob wenn die afd-partei stärkste kraft wäre was dann passieren würde ob die ob die afd irgendeine koalition einigen würde mit irgendeiner partei nee die frage ist ob eine partei mit der afd wobei es gibt ja es gab ja am ich habe am heute am freitag habe ich gehört dass es irgendwo die erste cdu-afd-koalition es gibt ja auch auf kommunalebene gibt es durch und wo in mecklenburg vorkommern durch und wo jedenfalls ich weiß auch nicht geht es uns denn im osten so schlecht ich habe eigentlich nicht so wirklich den eindruck oder ob das überhaupt das problem ist dass es uns angeblich so ich mein fahrt mal ins ruhrgebiet und guckt euch da mal um den geht es jetzt auch nicht so toll schon etwas älterer artikel ist ein eigenes spiegel tv ein artikel gesehen über die die nazikiez in dortmund und das war nicht erst mal krass das fand ich extrem heftig dass so ein altnazi sich da die ganzen jungen nazis da einquartiert und dann die bauen ja nur scheiße da ist es ja unglaublich da da können wir ja gut bedient wir sprechen nicht wir sprechen mal wieder im teaser über das sommerhaus der stars ist es nicht schon lange vorbei ja am dienstag war das finale da gab es ein sieger also es waren eine gewisse elena und mike und man muss dazu sagen dass elena diejenige ist dieser also die eigentlich den meisten stummter gemacht also die ist denn elena ich weiß nicht elena ist irgendwo mal durchs bild gelaufen in irgendeiner weiß ich nicht was bachelorette oder vielleicht auch mike der promi man weiß es heutzutage ja nicht mehr so genau vielleicht haben sie auch einen hund gehabt der prominent war ne wahrscheinlich auf irgendwie love island ich glaube love island war diese rtl2 trash kacke weiß ich nicht die haben jedenfalls gewonnen waren aber aus meiner sicht also diese elena ist also ich habe noch nie so niveaulosen taktlosen widerlichen menschen gesehen also ich möchte mit der nicht irgendwie unter einem dach leben aber naja also wenn du mal lust hast guckt ihr bei tv now das große wiedersehen an aber noch nie noch nie eine sendung sehen wo die moderatoren quasi wie so ein scheues reh mal sich umgucken und denkt oh gott ich will hier raus also so so war das sind nur leute die sich ankeifen und sich vorwürfe machen hast du denn auch ein thema nicht untergekriegt ich wollte ja eigentlich in der sendung erzählen wie ich schön dass es in ein indoor spielplatz das hebt ihr für nächste woche auf nächste in ausgabe 141 der teaser für nächsten teaser da sprechen wir dann über feltinchen ist nicht schön vielleicht kannst dir da ein paar bilder machen oder nein du musst auffassen dass keine kinder ganz offensiv ja genau aber dass man zumindest mal sieht wie es da aussieht vielleicht mal ein filmchen draus mal gucken also muss versuchen keine kinder aufs bild zu bekommen sie sieht dann komisch aus wenn der erwachsene mann auf ihn mal anfängt ja die leute zu filmen ja dann lass es nicht nee 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 wir filmen da nicht dann gab es diese woche 20 jahre wer wird millionär die war ja sehr spektakulär hast du gesehen in aussehen ist mir dann so langweilig geworden dass ich dann auch geschaltet habe also es war der langweiligste millionär aller zeiten also dass sie haben ja das konzept gemacht dass sie quasi fragen gestellt haben die in dieser sendung in dem laufe der 20 jahren schon mal gestellt wurden nun hatten sie einen kandidaten der aber ein großer fan der sendung ist und so ziemlich alle fragen kannte vor allem so ein hyper intelligenter der 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 so hoch sympathisch ja und der ist hat dann durchmach schon gemacht hat er die millionen geboren und ich dachte so war ja mal ganz nett aber ich hoffe dass der nicht als regulärer gewinner eingeht in die analen der sendung war eher so wie sich die frisur von günter joch so verändert hat in den 20 jahren aber sonst fand ich das eher so unspektakulär oder fandst du dir den in den auftritt von gottschalk bei lans cool wenn sie sich mal an dem fall gesagt hat wie er wie hat er eigentlich verklärt hat der lans ja ein bisschen gemaßregelt wie man dann am besten mit seinen gästen umgehen sollte hat er also ich habe ich habe es gesehen ich habe es nicht so aufmerksam gesehen also ich habe es auch nur in dem beiläubt also er hat dann doch irgendwann gesagt ja wie er dann sozusagen mit den klienten oder mit den leuten die hier gerade sitzen umgehen sollte also wie er auf sie zugehen sollte er ist ja nicht sehr wichtig ist ja gerade weil jetzt gerade wohl keine pause hat oder die bootstack hatte und der hat gerade keine zeit dann ist er auf gottschalk dran mit seiner neuen flamme ich habe mir das sein buch gekauft herbstgold werde das ab heute werde das dann nachher anfangen zu lesen ich habe oben noch die originale biografie von ihm also die die er voll geschrieben hat habe ich die dir gegeben habe ich habe ich selber mir mal gekauft als b-ware okay aber das ist doch gar nicht so alt also mindestens zehn jahre aber schon ja und dann kann ich ich weiß nicht ob ich es empfehlen kann also es gab einen interessanten sechsteil am ndr wenn die dämme brechen da ging es darum dass in holland ein schwerer sturm auf die küste zugeht und quasi halb holland ja an ganz vielen stellen unter null liegen und es ging so ein bisschen darum wobei ich sagen muss dass die zweite hälfte der serie eigentlich mit mir ein bisschen zu sehr um die persönlichen probleme dreht aber kann man sich in der ad mediathek angucken wenn die dämme brechen also wenn jemand mal auf netflix wenn die deiche brechen so wenn jemand auf netflix mal eine verrückte serie gucken möchte hast du gesehen die deich bull das war ein scheiß also die haben vor allem eine schaffe gedreht und dann war auch schluss weil die so schlecht war irgendwie zwei bullen aus aus hamburg wurden strafversetzt in so ein kaff auf fließland aber das ist doch garantiert um eine ard serie ja bestimmt jedenfalls war es war so skurril skurril ging es gar nicht also die haben das ende wurde nicht mehr aufgeklärt warum jetzt was ist da wurden irgendwelche leute umgebracht die waren also die haben sonntag 11 uhr 30 auf youtube auf dem kanal den ihr sowieso gerade seht teilen kommentieren liken abonnieren abonnieren und bitte nicht wieder deabonnieren eine frechheit sich manche leute so ein bilden hier mussten mal so ein strif zu machen wo man nur noch das abblenden muss man die nicht mehr sagen müssen genau so ein laufband wie bei wie bei ntv oder so eine eilmeldung ja ansonsten ihr wisst bescheid und wiedersehen